jo hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen ausgabe im oberkommando wir spielen wieder age of wonders 3 die kampagne der elfenhof mit unserem nomelik trismegistus unserem kleinen goblin hohe priester und ja letzte folge waren wir sehr sehr erfolgreich aber es war auch sehr sehr knapp ihr seht hier gustav gorsmog dieser widerwärtige zwerg der uns ganz schön ganz schön zu schaffen gemacht hat ist bezwungen und jetzt werden wir erst mal ein bisschen ich sag mal aufräumarbeit leisten müssen vor allem gibt es hier noch ein paar städte die er wohl verloren hat und die jetzt unabhängig sind das heißt hier unten könnten wir noch ein bisschen was einsacken eventuell treten ja diese städte auch friedlich treten uns friedlich bei hier haben wir noch eine unabhängige festung die können wir uns holen ja aber jetzt erst mal eins nach dem anderen er hat also verloren unser groschak der held der tatsächlich der held war denn er hatte die schlacht letztendlich entschieden er ist tatsächlich ein held und er hat seine beförderung absolut verdient meister illusionist nicht übel zauberei 2 ich glaube das mache ich noch mehr zauberpunkte mit dem haben ist sicherlich nicht schlecht so dann badehaus abgeschlossenen einheiten sind fertig geworden und diese stadt erwartet ihr schicksal es ist eine zwergenstadt da muss ich jetzt noch mal nachgucken zwergen zwergen zwerge hast verdorben verabscheutropisch fels höhlen wand und erd höhlen wand mögen die fast verdorben was haben wir denn hier so für sachen also wir haben so ein paar wände von daher müssten wir das eigentlich ziemlich geil hier unten finden deswegen würde ich sagen wir übernehmen die stadt jawohl fünf runden dann gehört das ding uns sehr gut und hier wurde ein package verloren wir haben eine gewöhnliche muskete ein epischer reiseumhang schutz gegen alles das schicken wir mal unserer sondren mal schauen ob die damit anfangen kann und dann haben wir noch gewöhnliche sachen die bekommt man unser org einfach weil er sich verdient hat so so mal gucken also die unabhängigen die dürften uns ja eigentlich nichts tun weil die haben ja nicht das aggressiv zeichen von daher sind die eigentlich glaube ich relativ friedlich so ohnehin mal schauen dass wir hier das hier mit vier flug einheiten da muss man glaube ich noch ein bisschen was umdisponieren sagen wir nehmen mal zwei flug einheiten raus tun dafür mal den hier rein fünf so dann bekommt ihr mal eine flug einheit spendiert der hat schon zwei flug einheiten und der hier noch eine so und der bekommt mal zwei von denen da noch dann müssen wir mal ich würde sagen wir lassen nomlek mal hier unten der kann sich hier unten eh relativ gut bewegen als goblin der kann dann hier mal ein bisschen erkunden und mit den anderen gehen wir dann an die oberfläche zurück aber die sollen sich erstmal kurz erholen einen neuen zauber können wir auch wählen geweihte städten ach das kann man mal gucken haben wir hier zufällig eine beziehungsweise eine die wir ach nee ich meinte ähm manaknoten haben wir aber nicht doch hier haben wir das ist ein feuerknoten schade wenn wir einen manaknoten hätten hätten könnten wir den umwandeln aber geweihte städten können wir wieder zaubern auf jeden fall so hier können wir eine produktion wählen konklave des hohe priesters zwergenkreuzritter wäre natürlich auch ganz geil das machen wir mal hier können wir auch wieder was produzieren ahja becken der erstgeborenen die stadt ist nicht so hundertprozentig super happy da können wir vielleicht ein krankenhaus bauen so und ihr macht mal alle irgendwie den knopf j so und hier haben wir so einen den können wir nochmal davor holen so jetzt muss man hier auch mal wieder truppen bilden ahja den stecken wir da dazu dann brauchen wir hier noch so einen den können wir dann da noch dazu holen ach warte mal hier oben haben wir ja so viele ne so schmiedepriester wir müssen uns noch überlegen wie wir das zusammenstellen trotz kitzelt es mir gerade in der nase ich versuche das mal zu unterdrücken ha so diese städte die hassen mich ja jetzt hier ist mal ein vasall der könnte mir nicht auch mal was abtreten hier der hat aber ordentlich truppen gebaut hier ritter das ist nicht schlecht naja wir beenden mal unseren zug mal schauen was der verbliebene gegner so kann also so offensiv hat er ja noch nicht viel gezeigt oh die metropole larsenholm hat eine mission für uns ah wahrscheinlich soll ich die hier kaputt machen ne erzählt mir über diese aufgabe ich soll die nymphen kaputt machen dann bekomme ich einen menschenritter na gut so mit dem kommen wir jetzt leider nicht mehr dahin dann nehmen wir halt noch einen ritter dazu so und dann bewegen wir uns mal langsam da runter das sind orc bade oh nymphen bei denen hat man halt das problem die können einen verzaubern so und die unabhängigen die tun uns ja nix die tuckern ja bloß rum so aber jetzt können wir mit dem mal wieder ein bisschen schauen oh verbotenes heiligtum hm da kann man natürlich noch ein paar könnte man noch ein paar gegenstände rausholen ah da ist er doch oh ist er hier so auf einem see brauchen wir tatsächlich eine flotte um da hin zu kommen und wir wählen ein talent was haben wir denn hier sturmwinde ah malus gegen fernangriffe ist natürlich doof wenn man das selber machen möchte wachstumsboni hm was haben wir noch so fortgeschrittene seefahrt naja vielleicht sollten wir das mal machen dauert denn noch eine runde was haben wir denn hier jetzt gebaut ein allerheiligstes könnten wir hier noch bauen hm 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 was tue ich meistergilde ja ich brauche mal die meistergilde so ok jetzt 5 dann tun wir den hier noch dazu und ab nach oben ist ich dann und dann ich dann das was ist dann ich gut eine der 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 und Hier haben wir noch so einen Trupp. Den kann man ja mal in der Stadt lassen. Mit dem gehe ich jetzt mal da hoch. Und hole mir die Festung. Den lassen wir hier. Und mit dem marschieren wir hoch. Ja, einen können wir noch. Sehr schön. So. So, dann haben wir hier jetzt noch so einen. Der kann ich. Mit dem können wir auch nicht mehr. Und der bleibt jetzt einfach mal hier drin stehen. So, du marschierst mal langsam da rüber. Ah, hier haben wir noch so einen fliegenden Kameraden. Dumm, dumm, dumm. Was suchst du? Bleibst mal hier stehen. So, Gegenstände sind eingetroffen. Schauen wir noch mal, was das kann. Oh, da haben wir noch gar nichts für sie. Das ist super. Das hier ist ein Schild. Legendär. Phasing. Ach, kann die nur deswegen phasing? Konnte sie das nicht schon ursprünglich? Faustschild. Hat die zwei Schilde? Ach, das sind Anhänge. Moment. Ist anfällig. Zwei Verteidigungen. Oh. Nehme ich doch lieber das. Die Stiefel. Und das können wir ja mal wegschicken. Anomalik. Sehr schön. So, er hier. Schuhe hat er ja noch nicht. Die kann man mal da lassen. Das hat halt ultra viele Sachen zum Schießen. Aber sei's drum. So. Wir schauen mal wieder hoch. Ups. Ich weiß schon, ob dieser Pontifex irgendwas macht. Sieht aber nicht so aus. So. Naja, wir kommen schon über den Landweg hin. Also grob. Oh Gott. Das sieht ja total unbewacht aus. Hm. Das sollten wir dann demnächst bald mal aufbrechen. Was können wir jetzt noch machen? Eile. Das ist manchmal nicht schlecht. Wir wählen hier eine Produktion. Weil wir so ein paar Zwergen-Kreuzritter bauen. Nee. Tatsächlich könnten wir mal ein paar Galleonen bauen. Einfach mal so drei Stück. Und hier. Und hier. Oh, hier kommt jetzt der Schrein der Vernichtung. Das sind ja ohnehin schon ein paar in Produktion. So, und er. Was schieb mal da rein. Oh, sehr schön. Das hier war schon erobert. Was ist das denn hier? So. Die sind ja nur unabhängig und friedlich, ne? Das sieht zumindest so aus. Oh, das hier ist geil. Ein sehr wertvolles Feld. So, jetzt gehen wir mit euch mal hoch. Ja, lauft mal kurz zu Ende. Und flieg. Mein Freund. Nein. Wir beenden den Zug nicht. Denn ein bisschen was können wir noch tun. So, hier sind die Nymphen. Äh. Nee, ich weiß schon, was ich machen soll. So, du benötigst Befehle. Ries mal hier mit rein. Oh, kann ich nicht zaubern? Sehr gut. Was können wir noch machen? Gewalte Stätten. Oh, Luft elementar. Stimmt, das hatten wir noch überhaupt nicht. Komm, das machen wir mal. Ich will eins. So, du kommst auch noch mit hoch. Ja. So. Dann haben wir hier doch schon eine kleine schlagkräftige Truppe. Vielleicht sollte ich auf dem Weg noch das hier mitnehmen. Ja. Warum sollten wir es eigentlich so links liegen lassen? So. Häscher des Staatenbundes. Guck mal, der kann ja gar nichts. Das ist sehr seltsam. Das ist irgendwie verdächtig. Was hat er die ganze Zeit gemacht? Oder hat er noch irgendwo ein Assen im Ärmel? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ein Zwergen-Erstgeborener. Sehr gut. Ja, das passt doch. Hier ist noch so einer fertig geworden. Zack, zack, zack. Produktion für Jifwok wählen. Jifwok ist ja auch super happy. Ah, ein Observatorium. Das geht tatsächlich immer. Ach, jetzt ist das Ding da. Guck mal, die haben schon Truppen verloren. Jetzt sind es nur noch zwei. Oh, super. Ja, Leute. Ich komme da leider nicht. Ich kann da leider nicht hin, wenn ihr hier so rumlatscht. Kann ich mit euch irgendwie reden? Nee. Aber ihr seid friedlich. Hier haben wir noch einen Wachtturm. Können wir uns auch holen. So. Dann schiffen wir euch mal aus. Nein. Da hin. So. Gegenstand ist eingetroffen. Ah, ja. Du hattest noch keine Schuhe. Du hattest auch noch kein Schild. Sehr gut. Dann noch in die Oberfläche. Nee. Ah. Nee. Du kannst nämlich noch was machen. Ja. Dann marschierst du halt da noch mit drauf. Hm. Irgendwie verarscht mich der Typ doch, oder? Hier ist doch ein bisschen was. Aber die können doch alle nichts. Das ist irgendwie sehr seltsam. Dass der fast nichts kann. Schau, da kann ich mir... Ach, naja, das geht natürlich nicht. Da wollte ich kurz klug sein. Guck mal, dem können wir doch den Luft elementar spendieren. So, dann können wir dich auch gleich einschiffen. Was haben wir denn hier? Geheiligtes Gebiet. Verzaubert die Stadt mit einer heiligen Aura. Oh, das ist nicht schlecht. Werden wir jetzt aber hoffentlich nicht mehr brauchen. Absolution erteilen. Das ist hier mehr Gold. Nie übel. Oh, super. Ach, jetzt sind es plötzlich wieder... Ach, die waren unsichtbar. Deshalb... Ob wir das gewinnen? Ich hoffe mal. So. Tuckern wir jetzt mal. So, nehmen wir die Stadt hier mit. Die kann nicht viel. Oh yeah, unser erster Schrein ist fertig. Wup, wup. Auch den will ich unbedingt dabei haben. Den will ich zumindest einmal in Aktion sehen. So. Du tuckerst... Oh, der kann fliegen. Das ist natürlich sehr geil. So. Du gehst mit da hin. Aber warte, dann machen wir das so. Du gehst ohnehin da rein. Und mein Schrein... Geht hier hin. Oh, ein Schifflein ist auch fertig. Das ist schön. So. Und du... Ihr wartet hier mal. Und... Ach genau, du gehst dir den Turm. Kannst du noch? Nee, wer kann denn noch? Du kannst noch. So. Hier unten haben wir noch einen Wachtturm und so eine komische, unabhängige Stadt. Würde ich sagen, die krallen wir uns mal. So. Naja, gut. Das war jetzt klar, dass er mich hier angreift. Ja, bitte. Mach mich kaputt. Aber guck mal. Wir haben sogar mit dem relativ viel Schaden noch gemacht. Was da, was macht denn der Typ? Oder hat er irgendwo... Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so schwach ist. Der hatte doch voll ewig Zeit, sich aufzubauen. Und guckt euch mal die Ländereien an. Die sind ja alles andere als schlecht. Ach, die greifen mich an. Na gut. Bitte schön. Dann muss ich eigentlich mit meinem Zwerg vorrennen. Denn den Zwerg können die nicht verzaubern. Den Erstgeborenen. Da bin ich schon immer dran verzweifelt. Ich darf zuerst. Ja, das ist praktisch. Auf geht's. Dann rennst du gleich an die Front vor. Ist der immun gegen... Er ist zumindest fromm und hat Geistschutz. Ein bisschen. Aber den darf man wahrscheinlich nicht übernehmen. Oder... Immunität gegen Gedankenkontrolle. Sehr gut. Die hingegen schon. Aber den kann man zumindest auch mal davor tun. Die bleiben mal zurück. Nein, ich kann nicht mal wieder ein bisschen zaubern. Spontaner Zorn. Wiedergeburt. Verbannung. Verbannung ist natürlich cool, wenn es funktioniert. Ersticken. Göttlicher Schutz. Eile. Läuternder Schub. Das schlechte Zweifel. Das kann man immer. Das ist immer ganz nett. 55%. 70% bei den Menschen baden. 75% beim Ork baden. So, der ist jetzt total mies drauf. Total pisst. Das ist immer wieder. Ach hier. Das macht ihr. Oh. Die habe ich jetzt nicht ernsthaft mit dem Nahkampfangreif angegriffen, oder? Das ist ja nicht sehr klug. Ah, das geht leider nicht. Leider. Hier, aber ich kann dir noch Glaubensstärken geben. Bumm. So, die bleiben trotzdem mal hinten. Oh, ich könnte nochmal zaubern. Wie viele Chancen habe ich denn für eine... Ah, hat keine Wirkung auf das Ziel. Schade. Hm. Können wir nochmal das schlechteste Zweifel machen? Vielleicht funktioniert es. Ja. Jetzt seid ihr alle beide scheiße drauf. Oh, Verführen widerstanden. Was, der hat mich bezaubert? Willst du mich verarschen? Ausgerechnet... Ist jetzt ein Witz, oder? Ausgerechnet sie, die so pisst ist... Kontrolle durchbrechen. Oh, kann ich sowas? Scheiße. Habe ich irgendwie so einen Zauber? Leutender Schub. Ah. Das kann ich machen. So, jetzt gehört der wieder zu mir. Jetzt ist es halt bei denen auch weg. Aber dass der jetzt gegen mich kämpft, das konnte ich jetzt gar nicht brauchen. Hm. Na gut. Tö, tö, tö. Ich möchte mit denen halt nur ungern vorrücken. Guck mal, der ist eh fast im Arsch. So. Wo will er mich denn? Ja, gut. Das war's jetzt mit euch. Und du haust der eins rein. Bäm. Aber das war jetzt auch nicht so schwer. So, ich habe eine Mission erfüllt. Und werde jetzt hoffentlich dick belohnt. ein Ritter. Ja, komm. Nehmen wir mal mit. Wir nehmen mal den Menschen Ritter. Dankeschön. Den können wir gleich mal hier hin platzieren. Larsenholm bietet einen Tribut an. Eine kleine Armee oder Mana. Mana haben wir eigentlich genug. Wir nehmen die kleine Armee. Ja, okay. Die ist aber wirklich klein. Aber die können wir ja noch in den Untergrund beziehungsweise stellen wir zumindest den Ritter vorne an. Ähm, geben wir ihnen noch einen Heiler mit. Dann können wir die ja noch mit in den Untergrund schicken, um da ein bisschen rumzukämpfen. So, statt verleugnen. Oh, das ist nicht schlecht. Wir könnten theoretisch wieder irgendwas zaubern. Luftelementar beschwören. Haben wir noch nicht gesehen im Kampf. Weiß ich nicht, ob das was kann, aber wahrscheinlich. was machen wir? Naja, bevor wir gar nichts machen, beschwören wir halt noch luftelementar. Ich darf mal einen Anführer verbessern. Zehn Punkte. Oh. Göttliche Justiziare. Wiedererweckung haben wir. Das ist, glaube ich, das, wenn sie sterben, werden sie wiedergeboren. Irgendwie. Das kostet zehn Punkte, aber ich glaube, dafür habe ich ja gespart. Achso, du gehörst ja schon mir. Oh, hier sind ein paar. Ja, wieder so ein Musketier. Und ein Holzweil. Arendal. Arendal. Gut, der mag mich nicht. Da warten wir mal, bis unser Menschentrupp unten ist, glaube ich. Gehen hier auf Nummer sicher. Ah, sehr gut. Oh, die ist voll ausgebaut, die Stadt. Das ist natürlich wieder sehr, sehr nice. Schmiedepriester, Erstgeborene. Komm, dann machen wir mal so eine erstgeborene Schmiedepriesterarmee. So, du kannst hier nichts mehr produzieren. Großer Tempel vielleicht noch. Oder machen wir auch mal das Allerheiligste. So, komm, wir schicken dich auch mal runter. So, und du schiffst. So, guck mal, ich kann tatsächlich hier schon angreifen. Äh, ja. Ich glaube, das kann man automatisieren. Wenn ich da was verloren hätte, wäre ich auch relativ enttäuscht gewesen. So, sehr schön. Dann gehört uns das Ding. Was ist das für eine Stadt? Zwerg. Zwerg. Aber hier sind sehr viele Berge. Ich würde sagen, das übernehmen wir dann. Ja. So, du gehst wieder zurück. Hier oben könnten wir natürlich mal reingucken, was das so kann. Ja, da muss man gar nichts. So, nochmal ein Blick. Stufe 3, Stufe 2. Ja, eigentlich sollte das kein Problem sein. Der hier nervt halt ein bisschen. Okay. Wir können hier ihn schon mal da unten platzieren. So, 2, 2, 2. Ihr wartet hier mal. So. Schmiedepriester haben wir wieder einen fertig. Das ist schön. Okay. Und hier kommt unser Prachtexemplar. Da bin ich jetzt schon mal gespannt drauf. Zurück. Was kann ich noch? Ach du hier. Ach und unsere Fregatte. Das ist wahrscheinlich wieder so ein legendärer Kasten hier oben. Da kriegt man halt immer relativ schöne Gegenstände. Das könnte ja noch eine Bedeutung haben, dass wir unsere Einheiten hier relativ gut aufrüsten. Wir schauen einfach mal dahinter. Verlies. Ach, das ist schon leergeräumt. Ah, okay. Na gut. Hier könnten wir noch rein. Verbotenes Heiligtum. Hm. Ich will ja eh noch warten, bis meine Supermaschine da ist. Von daher brauchen wir hier mal eine Meistergilde. Ah, hier haben wir noch einen, achso, den Schmiedepriester hatten wir hier. Äh, nicht den Schmiedepriester, den Erstgeborenen. Ihr seid noch nicht so ganz happy. Dann kriegt ihr mal ein Badehaus spendiert. Ihr seid super happy. Was mache ich mit euch? Ja, mehr Mana. So. Euch kann ich ja schon mal vorschicken. Ich kann eigentlich auch wieder einschiffen. Ach, guck mal. Da fliegt er mit seinen kleinen Speern rum. Oh, das wurde noch nicht erkundet. Ja, aber das sollten wir schaffen eigentlich, ne? Ach komm, wir machen das mal. Sieg ist sehr wahrscheinlich, ja. Das meine ich doch auch. So, dann machen wir das noch kurz. Wir haben auch volle Zauberpunkte. Also können da voll aus dem Vollen schöpfen. Ja, komm. Mach mal. Ja, war klar, dass ihr euch verschanzt. Ihr Feigennüsse. Was mache ich mit euch? Kann ich jemanden verbannen? Dich würde ich gern verbannen. Hat keine Wirkung auf das Ziel. Hat keine Wirkung auf das Ziel. Ach so, das ist ja nur gegen solche Stimmen gegen magische Einheiten. Ich kann jemanden schlechter, schlechter Zweifel wieder machen. 70%, 75, 75, 75. Wenn das bei dir funktioniert, wäre das natürlich sehr geil. Ja. Das gefällt mir. Ja, jetzt haben wir noch so ein paar ekelhafte ekelhafte Armbrust schützen. Die nerven noch ein bisschen. Wir machen mal wieder Trick 17. Fliegen mit denen an die Flanke. So, mal schauen, ob er sich jetzt ein bisschen... Naja. Aua. Das ist alles so, dass ich keinen Fernkämpfer habe. Schau mal, das lassen wir uns nicht bieten hier. Dich heilen wir doch gleich wieder. Wobei er jetzt wahrscheinlich gleich wieder schießt. So, und... mit dem hier gehen wir in die Richtung und Zug ist auch mit. Ziehen wir den ganzen Laden mal ein bisschen auseinander. Okay, noch reagiert er nicht. Der Unabhängige. Zug ist mal da mit. So, und du übertrittst den Wall. So. Koppelnprediger. Passt schon. Passt schon. Und, reagiert er jetzt? Jetzt reagiert er. Ich gehe mit allen nach rechts. What? Gehen wir doch gleich mal mit unserem Boss hier rüber. Ich kann ihn leider noch nicht angreifen. Deswegen verpieseln wir uns hier mal ins Eck. So, mal schauen, ob er jetzt dann seine Truppen auseinanderzieht. Denn hier hinten bin ich auch gerade am Klettern. Au. Na, tut er es? Oder tut er jetzt wirklich alle rechts rüber? Nee. Sehr gut. Dann haben wir doch das schon erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben seine Truppen auseinandergezogen. So. Holzwahl. Nomlik. Kann ich mit dir noch irgendwas cooles machen? Kann jemanden ersticken lassen? Hier, wir lassen dich mal ersticken. So, und dann Attacke. So, da ist einer down. Oh, nein. Hast du... Er hat keine... keine Leiter dabei. Das ist schlecht. Aber vielleicht kann ich hier unten ein paar Bekehrungsversuche machen. Oh, das tat weh. Das tat ein bisschen weh. So, pass mal auf. Jetzt kann ich doch hier vielleicht dich bekehren. Ja. Das gefällt mir. So. Du nervst halt ein bisschen. Bam. Da ist er kaputt. Das war jetzt nicht gut. Ich glaube, er geht jetzt drauf. Außer... Nein, er geht nicht drauf. Das hat er jetzt nicht überlebt, oder? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Na gut. Wir haben ja Einheiten im Überfluss. Sag mal, machen wir mal ein bisschen langsamer. Lässt du hier mal einen Boss in Ruhe? Ach, er tut nichts. Wieso das denn nicht? Wieso hat er denn nichts getan? Schauen wir mal. Ich schlag zuerst. Er geht down. Sehr gut. Schleichen wir uns hier mal von hinten an. Du machst vielleicht mal das Holztor kaputt. Damit... Bam. Er hier durch kann. So. Bumm. Jetzt kann ich mit dir hier noch irgendwas machen. Eventuell. Ah, ich glaube, ich heile mich erstmal. Ich gehe auch nochmal sicher. So. Dann bitteschön, mein Freund. Oha. Ah, man. Die können so weit schießen, diese Dinge. So. Dann führen wir nochmal einen Heilvorgang durch. Und dann... Und... Und... Maschinen wir hier vor. So, du gehst auch mal vor. Er muss es, glaube ich, eh wieder nachladen. Und... Hier blitzt den weg. So, viel Spaß, mein Freund. Ja, er muss nachladen. Dann... Drücken wir dir da mal eins rein. Und... Bekommst du von ihm hier den Gnadenstoß. Ach stimmt, der hat ja Leben rauben. Das vergesse ich immer. Das vergesse ich immer. Das ist ja voll hilfreich. So, eine Stadt erwartete Schicksal. Was seid ihr denn? Ihr seid... Zwerg. Zwerge finden das hier bestimmt geil. Deswegen... Übernehmen wir das. Jawohl. Dann gehört uns... Arndal auch noch. Haben wir jetzt hier eine Einheit spendiert bekommen. Das war nett. So. Dann würde ich sagen, war es das. Für diese Folge. Als nächstes können wir dann mal gucken, ob wir hier noch nach Remnor kommen. Beziehungsweise, was sich vielleicht hier hinten noch verbirgt. Weil es dann noch irgendwas interessantes ist. Und ansonsten marschieren wir dann nächste Folge. auf Dingensbummens. Diese Stadt hier, wie auch immer die heißt. Ivo Ardur. Genau. Ich hoffe... Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn das der Fall ist, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ein Kommentar oder ein Abo, wenn nicht vorhanden. Freue ich mich wie immer sehr drüber. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Oberkommando. Ich spiele Age of Wonders 3. Die Kampagne der Elfenhof. Macht's gut, bis bald. Und Servo. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.